Willkommen zurück! Der Captain-Spiel Doom 3! Immer noch, aber wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Jetzt kommt es erstmal darauf an, dass wir hier ordentlich drüber springen. Und wie ich mich und meine grobmotorischen Klinger kenne, da ist doch ein Zeichen drauf. Da auch. Falle ich hier einfach runter. Ja, so kenne ich mich, so kenne ich mich. Neuer Versuch, neues Glück. Ja, so schwer war es jetzt nicht wirklich, ne? Aber, ja, so ist halt. Und hier ist doch auch schon wieder irgendwas. Ich höre es doch, Captain. Auch nicht schon wieder diese Babys, ey, die regen mich auf. So, wo im Karton? Der Würfel ist aufgeladen, sehr schön. Verrüstung ist voll. Was? Das war jetzt aber wieder mal typisch. Boah, diese Musik, ne? Herzschlag im Takt der Musik. Hau ab! Mann! Schwarzes Brett. CPU-Forum-Farm. Forum-Farm. Euer Code, 627. Dankeschön. Jeden Donnerstag. Was gab's denn noch auf dem PDA zu lesen? Charlie, alter Charlie. Mailzustellung viel geschlagen. Wie geht es dir? Nur privat kam. Anforderung von Systemzeit. Gut. Müssen wir uns nicht anhören. Die Mensa. Hm, was gibt's denn heute leckeres? Äh. Höllenschleim. Oh, mit einem guten Kleck Soße. Und wie komm ich da jetzt rüber? Gar nicht. Ne, da muss ich auch gar nicht rüber. Mach ich. Aber jetzt noch nicht. Das mach ich gleich. Boah, warte ich schon mal in so einer Server-Farm. Und wenn ihr dann da durchlaufen müsst. Und hier überall kommen so komische Viecher. Wird einem ganz anders. Hä? Ne, Moment. Von hier komm ich doch. Ja, klar. Von... Was gibt's denn bei K bis T? Na, wo seid ihr denn meine lieben Freunde? Boah, diese Horror-Atmosphäre, die macht mich fertig. Was gibt's denn bei K. Was gibt's denn bei K. Ne, Moment. Was gibt's denn bei K. Au, 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 au. Boah, das wird... Mann, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Jetzt habe ich mich... Ach so. Boah. Ach, Leute. Jetzt habe ich mich völlig verfranst. Moment. Warnung. Irgendwas zum Aktivieren hier. Boah, diese Musik macht mich wahnsinnig. Warte mal, hier ist einer gelandet. Hier war ich... Auch. Wenn ich mich recht entsinne... Ich habe mich recht entschuldigt. Ich habe mich recht entschuldigt. Ich habe mich recht entschuldigt. Ich bin nicht von hier gekommen. Richtig? Hier kann ich noch einen höher fahren. Gibt es denn hier noch was zu... Ey, das war's, ne? Hier ist nur eine... Etage für Arschvoll abholen, richtig? Ja, so sieht's aus. Das war die Etage. Hier kriegen Sie den Arschvoll. Ich hoffe, Ihnen hat der Rundgang gefallen. Und wir nähern uns... Stufe 3... ... mit dem Booting. Äh, Teng. Die Musik wird nicht... ... mit dem Booty... 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Wo kam der denn her? Na, wo bist du großer? Hier hat sich einer durch den Boden gebohrt, das ist ja... Oh, das ist ja... Würfel ist aufgeladen hervorragend aber wir haben 98 health Helft mir doch Angst ich will da nicht rein ich habe Angst Wo bist du Sarge? Wo bist du? Komm raus zack zack snorin Munition könnte ich echt gebrauchen, 669, Schranknummer 669. Ich habe keinen Code für 669, zumindest habe ich nichts irgendwie in Erinnerung. 4, 6, 3? Ja. Welche Munition habe ich denn? Nicht genug. Schade. Schade, schade, schade. Wieso gucke ich euch die Wand an? Weil ich nachdenke. Ich denke. Aber ich habe jetzt... ... 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 Gut, 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 gut. Wo muss ich jetzt mit diesem Bedienfeld hin? Wo muss ich jetzt mit diesem Bedienfeld hin? Ich meine, ich muss wieder ganz nach unten, ne? Das klingt nicht gut. Ohohohohohooo Ach ne, von hier bin ich ja gekommen. Ja, genau. das ist alles spannend und ob wir hier richtig sind und unsere entscheidung wieder ganz nach unten war richtig war egal wir sehen uns in der nächsten folge